Im Kriminalfall Kampusch sind in den letzten Jahren gravierende Ermittlungsfehler bekannt geworden. Möglicherweise hätte Natascha Kampusch viel früher freikommen können. Offiziell ist die Polizei von einem Einzeltäter überzeugt, doch bis heute gibt es Zweifel daran. Einer, der diese Zweifel auch hatte, war Franz Kröll, Chefermittler in der Soko Kampusch. Der 58-jährige Polizist hat sich Ende Juni das Leben genommen. Sein Bruder will nicht an einen Selbstmord glauben. Und er meint, Chefermittler Franz Kröll habe einfach zu viel gewusst. Soran Dobritsch berichtet. Der 56-jährige Grazer Karl Kröll trauert um seinen Bruder Franz. Laut Staatsanwaltschaft Graz hat sich der steirische Vorzeigepolizeioffizier Oberst Franz Kröll am 25. Juni erschossen. Franz Kröll war zuletzt Leiter jener Sonderkommission, die die Ermittlungen im Fall Kampusch überprüft hat. Für den Bruder des verstorbenen Kriminalisten ist dessen Tod aber noch lange nicht aufgeklärt. Ich glaube es heute noch nicht, dass er Selbstmord gemacht hat. Weil vor 14 Tagen, bevor er tot, habe ich noch telefoniert, ein Freund und mir. Wir fahren Kroatien runter zum Weingarten und das und das. Er ist im Krankenstand und ihm geht es halt gut. Und ja, in der Farbe ruft mir ein Criminalbeamter an und sagt, der Bruder hat sich erschossen. Und da sage ich, das glaube ich nicht. Der ist erschossen worden, dann lacht er blöd. Hier im Erdgeschoss dieses Hauses am Stadtrand von Graz hat Franz Kröll alleine gewohnt. Zuletzt war er im Krankenstand, bereitet er sich aber für einen Urlaub in Kroatien vor. Doch am Abend des 25. Juni erschießt sich der Polizeibeamte. Die Kriminalisten finden auch einen Abschiedsbrief. Für die Ermittler ist der Fall somit geklärt. Doch der Bruder will das nicht glauben. Er hat sich angewiesen heraußen gesessen, hat noch eine geraucht und dann hat er sich erschossen. Womit hat er sich erschossen? Ja, mit einer alten Dienstwaffe. Da war ein Ausflug, da war ein Polizist, da war ein Einsatz bei einer Kreiselnahme. Für den Gärtner Karl Kröll war sein Bruder der Polizist, eine Lebensstütze und ein Vorbild. Schon immer wusste er viel über die Arbeit des Kriminalbeamten. Sie haben den Abschiedsbrief gesehen? Ja, überflüssig habe ich den gesehen, einen Brief geschrieben, so wie ein Testament. Aber es war eine Schulschrift und das war nie in meinem Bruder seine Schrift. Haben Sie das der Polizei gesagt? Richtig, aber die haben mich ausgelacht und haben gesagt, das ist im Bruder seine Schrift. Dann bin ich richtig zornig geworden, bin aufgestanden und habe gesagt, das könnt ihr jetzt nicht sagen, weil mein Bruder ist 15 Jahre von euch weg und ich habe sie nie am Brief gesehen. Ich habe es maximal als seine Unterschrift gesehen, weil es ist ja alles mit Computer geschrieben worden. Und die Staatsanwälte ist auf mich auch eingegangen und hat gesagt, ja, sie wird schauen, dass sie das Original kriegt und dass wir da dann das vergleichen können, ob das seine Schrift ist. Die Staatsanwaltschaft Graz hat uns heute per Telefon mitgeteilt, dass die Ermittler nicht nur den Abschiedsbrief, sondern auch Schmauchspuren auf der Hand von Franz Kröll gefunden haben. Für sie ist damit klar, Oberst Franz Kröll hat sich selbst erschossen. Franz Kröll war ein hochdekorierter Kriminalist, ein Aufdecker der Sonderklasse, sagen seine Kollegen. Das hat dazu geführt, dass er zum Leiter der letzten Soko Kampusch ernannt wurde. Sein Bruder glaubt, dass genau da die Gründe für seinen Tod liegen. Das ist von der oberen Etage, sind Blockaden entstanden, wo praktisch er teilweise keinen Zugriff hat. Er hat hingegangen zum Oberlandesgericht, hat sich die Daten nur durchschauen dürfen, hat sich keine Aufzeichnung machen dürfen, kein Handy mitnehmen. Er hat gesagt, ich bin dort kontrolliert worden, wie wenn ein Häftling wäre. Und er hat sich gedacht, es ist eine Evaluierung und alle Daten werden uns zur Verfügung gestellt, aber ist alles blockiert worden. Ludwig Adamowitsch, Leiter der Parlamentarischen Evaluierungskommission im Fall Kampusch, ist nicht zufrieden damit, wie mit den Ermittlungsresultaten seiner Kommission umgegangen wurde. Mit dem verstorbenen Oberst Franz Kröll hat er zusammengearbeitet. Auch er hat öfter erlebt, dass der Soko-Chef mit den Ermittlungen unzufrieden war. Ich habe ihn als äußerst gewissenhaft eingeschätzt, also ein sehr scharfer Denker. Er war sicherlich in manchen Situationen ein bisschen frustriert, das war deutlich zu sehen. Aber das ist auch schon alles. Er war ein harter und gewissenhafter Arbeiter. Was hat ihn so frustriert? Was haben Sie ihn gefragt? Naja, frustriert hat ihn die ganze Causa, weil man immer wieder auf Fragezeichen bestoßen ist, die man nicht aufklären konnte. Carl Kröll hat den Wohnungsschlüssel seines Bruders. Nach dessen Tod geht er in die Wohnung und stöbert in den Dateien von Franz Kröll. Unter anderem auch in dem Akt Kampusch. Er nimmt den Laptop und einen USB-Stick mit geheimen Daten mit. Als er davon einem Beamten des Innenministeriums erzählt, wird er inhaftiert, weil er die Kampusch-Akte angeblich verkaufen wollte. Wenn ich das Kampusch-Geschichte verkaufen wollte, dann hätte ich alles anonym machen können und irgendwen das geben. Aber so habe ich gesagt, ich stehe zu meinem Bruder, ich bin sein Bruder und ich gehe mit meinen Namen und gehe in die Öffentlichkeit. Und jeder hat gesagt, dann wirst du einmal eingesperrt, mit dem wir rechnen. Aber ich werde schauen, dass die Wahrheit dann ins Licht kommt, sonst geht das nicht. Zu den Vorwürfen von Carl Kröll hat uns das Bundeskriminalamt heute mitgeteilt. Es sei eine Mutmaßung des Bruders, dass es sich hier nicht um Selbstmord handele. Die Arbeit von Franz Kröll sei keinesfalls behindert worden. Das BKA habe dazu nicht mehr zu sagen. Der Akt Franz Kröll sei einzig und allein bei der Staatsanwaltschaft Graz gelegen und seitens des Gerichts geschlossen worden. Ich glaube, dass da irgendwer dabei war, dass das praktisch alles verduscht ist worden. Weil mein Bruder hätte sicher aufklären können, weil er relativ sehr, sehr viele Sachen aufklären können, wo praktisch jeder gesagt hat, da gibt es nichts mehr. Und ich glaube halt, dass der Bruder, der am Computer oben ist, dass er die Sache aufklären kann, tausendprozentig. Karl Kröll will weiter um die Rehabilitierung seines Bruders kämpfen und erreichen, dass die Umstände seines Todes neu untersucht werden. Soll das BKA Soll das BKA Soll das BKA Soll das BKA Untertitelung des ZDF, 2020